So eine weitere Lockplay zu, ähm, Stammel mit Sammy. Ja, hi. Hiiii. 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 Äh, warte, ich muss erst wieder drücken. Aua. Ja, wie heißt das Lockplay hier? Ähm, Building. Building? Nö, es kann was auch nochmal malen. Ja, Lockplay, Weiterbilder. Ja, wir spielen auch, ähm, hier nicht nur meine Minecraft, sondern ich bin hier so mit, ähm, Mod. Und ja, ihr merkt schon, ich, äh, hab einen Controller geholt. Und ja, warum ich nicht mit Controller spiele? Ja, ich hatte so eine kleine Challenge, was ich mache. Äh, was ist unter anderem? Er macht mich halt auch nicht mehr. Ja, äh, zählen, wie man mit Controller am PC spielt. Also ich, äh, ja, keine Ahnung, warum ich mache. Äh, Sammy, was ist das hier? Du könntest die Modpack. Was? Ach so, du meinst das Modpack allgemein. Ich dachte, du sammelst die Rübe hier. Äh, das Modpack allgemein ist jetzt, äh, das Modpack besteht aus mehreren Kleinigkeiten, also hauptsächlich aus Blöcken und, ähm, Schizzle and Bits. Ansonsten nochmal hier, äh, Adventures Toolbox oder Tinker's Constructs. Halt, aber so Kleinigkeiten zum Bauen. Oder Computercraft haben wir auch noch dabei. Oh Gott. Muss sein. Ich hoffe, dass wir bei einem Computer enthalten. Ähm, ansonsten nochmal so ein, äh, so eine Mods, mit der wir noch zu essen haben. Also so ganz viele neue Sachen. Ähm, ach ja, diese Rüben, die kannst du nicht essen, die sind für Schokobos. Das haben wir nämlich auch drin. Oh, was ist das hier? Und das ist Wachs. Wachs. Quatsch. Oh, nein. Oh. Ja, ich weiß nicht, was ich damit machen kann, aber ich hab's. Wachs. Das hier? Das macht man damit. Kann man, macht das hier? Kann man das machen, damit kann man Kerzen machen. Oh. Kerzen. Bals ich. Cool. Du weißt, du bist ja ein richtiger Doktor hier. Heute bin ich nicht der Doktor, sondern ich bin irgendwie der Russische Kommandant hier. Und Jami ist, äh, Ich bin Professor Doktor Patrick. Da, ich kriege. Oh! Okay. Ich such' einen Maum. Andukebu. Deine, andukebu. Ich späre ihn ein! Ja, da will mein Essen! Ja. Ich späre ihn am Besten ein. Am besten so ein 3x, 3x, 3 Loch. Dann kann ich ein Hochspringen. Ich geb mein Essen immer noch. Äh, ich hab gäm, gäm bom, macht ihr da? Äh, Fy, Filzschladen. Weil die Filzschladen. da macht man puttern alles ja du brauchst ein anderes ich glaube du musst dir ein finanzen dann kriegst du aus denen was raus ich kann niemand nicht so gut ich habe mich nur öfters auseinandergesetzt aber ich soll jetzt haben ein schokobo ja ich weiß nur wenn die im bruch stehen bleiben man kann von ihnen wieder bekommen und mit dieser kann man dann ein schokobo richtung machen mit dem fehler kann es auch machen wenn du sie in inventar hast ich glaube das war so wenn du den inventar hast dann kannst du kriegst kein fall schaden meine ich so eine goldene fehler muss das aber sein hier ist ein baum so klein hat so einen kleinen baum kann ich mir diese schuhe machen mit dem man so komisch läuft als wenn man besoffen ja hier diese bohne warte mein baum hau ab ich habe ihn zuerst gesehen nein such den anderen und am besten noch ein bisschen weit vom spawn weg weil ich möchte hier noch ein paar schöne wege haben ich möchte nicht dass die häuser jetzt direkt hier daneben sind so wie du es bei elias immer macht bei seinem projekt hat er denn macht da noch klein vor du hast es aber immer bei ihnen gemacht habt ihr habt euch immer zu sein haus hingesetzt ja ja komisch helfen aber wir sind bei dem projekt sind jetzt bei unteren projekt hier oder er hat eine werkbein reingekrattern bei der wittmann ähm bei einem nicht äh auch der verdammt ich kann mir kein werkzeug machen das ist irgendeine mod bei ähm eigentlich bei der piazüro werkzeuge macht man anders bei der xbox one oder so soll ich meine äh wenn man die werkbein reingeht er wird dann automatisch eingeblendet was du kraspen willst also wie auf dem handy so weit dabei ich kann schlafen weil die flache rennen die weg und ich hab keine wachung so ich sag mal wie spielt es hier wo ist die sonne wo war das die sonne überhaupt oh wir haben dann ähm wir haben zwar viel scheiße haben wir müssen uns beeilen äh welche monster kommen dann äh das ist ein monster oder ähm ne pass auf ähm bei der ersten folge habe ich erstmal friedlich gemacht damit wir nicht die ganze zeit sterben ach du nur äh friedlich okay in der nächsten folge mach ich monstern na okay aber du weißt schon da wird äh du weißt schon das wird äh 40 minuten die hier irgendwie hm das wird an 40 minuten ja ich werd's in kleinere folgen schneiden ja das heißt äh 40 minuten kommen äh jeden tag 10 minuten die hier raus äh semi mach du auch eigentlich noch mal aufnahme oder doch ich mach ne aufnahme okay ähm bei semi wird auch allein im park kommen ähm am anfang wir machen halt so äh wir wechseln und ab äh am ersten tag nehmen wir alle zwei auf und am nächsten tag ähm ähm am unteren zwei kanälen werden dann alle platte äh alle äh da hintereinander ausgekert einmal ist äh du dran einmal ich dran das wird immer so wie bei ähm bei welchem ähm wie drüber war das denn normal bei johnquarton gomme war das auch so ja mal halt noch werbung für andere oder warum wir halt so äh die so machen wo wir ähm ähm die gleichen folgen haben immer wieder ach doktor werkzeuge machst du ähm nicht mal so wie du's kennst ne ich hab noch so ne mod reingepackt mit der funktioniert das anders Mabel ja ich hab Mabel gefunden da ich liebe den Mabel ich kann den der Heimlabor bauen verdammt wie könnt man unterliegt das Labor bauen das wird da nein ich schon wieder in der Geheimlabor ja ich liebe den der Heimlabor vielleicht äh wenn der wer erinnern kann bei meinem Video bei ähm Paragon ähm Amquart äh Tutu World da hab ich unten an der Redruppe ein Bunker ein Labor gebaut der ist leider nicht fertig geworden außerdem äh die Minecraft hat mich mal auch gehalten das Volk läuft ja immer noch kann es ja immer noch machen ja aber das bleibt eigentlich so noch 2 3 Monate höher im Übrigen falls euch fragt was man mit den Bohnen macht ähm damit könnt ich mir solche schönen Schuhe machen wenn ich ihn mal grad finden würde und ach ja so ne Suppe mit der man gekriegt ist ich glaub das ist die ich keine Ahnung äh ich such mal grad die Schuhe raus nein 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 ich find die nicht okay äh auf jeden Fall man muss Eisenschuhe machen und dann die Bohnen mit den Bohnen einen Trank machen und ja ach ja das ist nur so ein Schuhe das war innen da das war äh das war einmal E innen da keine Ahnung äh was konnte ich mal anklicken also Lügglitz die Werftbank oder ah das ist das hab ich kurz in die Löcke ah Werftbank ich finde es gut dass alles auf Deutsch ist hier ah die Waffenwerftbank die kennt auch gut noch das ist alles noch das ist erinnert mit alles noch wenn noch dann noch gut bei bei wir äh bei bei war bei mir ähm Minecraft ähm Star Island bei den Trojanern ja ich bin noch da ja bin ich noch da ähm ich hab eine Erdbeere gefunden Läu okay ähm dann brauchte ich das hier ne ich glaub nicht Jermi kannst du irgendwie einen Lüggestuhl machen oder äh ja ist ey cool doch doch guck mal guck mal gehen wir aus der Werkbank raus aber lass die Sachen drin ja wie kannst nochmal rausgehen mit eh so ja guck mal guck mal guck mal das Holz liegt ja darauf drauf Li ja wie Charlie der hieß neu oder der hieß neu das war noch nicht in der äh Minecraft red ne ne in der ältere Version war das nicht so ah der hieß neu da hieß der anstelle oder hier ist doch dunkel war der Quartal ähm Draganstellung Höligkeit hier kann man die Höhlkeit auch komplett runter drücken so so da könnte man mal zeigen vielleicht wie ich das mache noch einmal reingehen wie konnte man noch mal das falsche Tinker und man sieht die dritte ich brauche ah no das hier war es meine ich raus wir kommen raus hier achte, ehmult, so ich muss mal werfen wo die der Knöpfe.de äh, platziert habe und, ähm ähm, ja gut ist der Oksukobu noch da, muss ich nachschauen ja, bitte oh, bin ich beinahe rein, bin ich in ein Loch puh hier kann man die ausbreiten, ok lol cool ah ja, mit Steine kann man noch besser machen und hier, die Box hier, die kümmert darum dass du halt die Kablonen rein nehmen kannst ja ja ich kann mich sehr gut aus eigentlich noch ich hab dir das Handbuch geliebt das Drohnebuch ach, jetzt sind wir mal bei der Knopf so ähm was muss ich denn machen ja 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 ja